Ja, Peter, ich darf dich bitten, was bleibt über für dich nach diesem 0 zu 0? Wie bewertest du das 0 zu 0? Ja, was bleibt über? Es bleibt über einen Punkt, mit dem wir zufrieden sein müssen, wenn man die 90 Minuten ansieht, weil vor allem die erste Halbzeit relativ offen war, meiner Meinung nach, aber die zweite Halbzeit rapid schon die Mannschaft war, die mehr Druck gemacht hat, die konkreter war im Spiel, die aktiver war und wir uns nicht mehr so lösen können mit unseren Offensivaktionen, wie wir das gerne gehabt hätten. Deswegen muss man sagen, es ist bei 0-0 immer eine Möglichkeit da, dass du einen Lucky Punch setzt, aber wenn ich das Spiel normal schaue und sage 90 Minuten, war schon rapid die Mannschaft, wo ich eher das Gefühl gehabt habe, dass sie einen Treffer erzielen, als es in Wahrheit bei uns war. Und deswegen ist es, wie es ist, möglicherweise zu wenig für unser Ziel, unter die Sechsen zu kommen, aber das war heute nicht mehr verdient, sagen wir es einmal so. Dankeschön, Peter. Moment, Christian. Der kommt. Ralf, komm bitte, Mikro. Der Peter, war das irgendwie, man hat geredet natürlich von diesem blöden Wort Musik. Es hat ja gar nicht so schlecht angefangen und bis zur Pause war es ja wirklich auf Augenhöhe. Was ist dann der Grund? Ist das irgendwie, man kann ja sagen, es ist ein Qualitätsunterschied ganz einfach da derzeit bei den Mannschaften oder ist das doch ein mentales Problem? Und man könnte ja sagen, ihr wart es jetzt nicht ganz so unterlegen wie im letzten Tabi. Das kann man als positiv, aber es hilft dir nicht. Genau, wir können viel hin und her reden. Wir können sagen, wenn ich schaue, wie war der Herbst das Tabi, wie war der WT's Tabi, dann hat das aus unserer Sicht besser ausgeschaut. Beide waren unentschieden. Doch, klar unterschiedlich, wenn ich sage, rapid ist die Mannschaft, die hinter Salzburg steht und wir versuchen unter die Sechs zu kommen, war der Unterschied so groß. Nein, sie waren besser meiner Meinung nach, aber nicht so viel besser. Aber am Ende ist es halt so, dass wir jetzt dann aufgrund der, dass in zwei Runden die Teilung ist, geht es darum, was können wir noch mitnehmen. Und da hätten wir gerne gewonnen, das hätten wir uns aber auch heute, wenn wir es glücklich gewonnen hätten, hätten wir es gerne mitgenommen, aber anders als glücklich wäre es auch heute nicht möglich gewesen. Und das, was für uns schon auch klar war mit der Ausrichtung der ersten Elf, dass wir unser Heil schon zwar in der Restdefensive, aber schon über das Offensivspiel versucht haben zu kriegen. Das war in der ersten Halbzeit okay, in meiner Einschätzung. In der zweiten Halbzeit ist der Druck von Rapid und das, wo du dich dann auch wehren musst, das haben wir dann nicht mehr so hingekriegt. Und deswegen haben wir dann natürlich auch eine Variante gewählt, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen das Zentrum stabilisieren, wir sonst haben gar keine Chance, den Punkt mitzunehmen. Wir haben gewusst, so wollen wir es gerne angehen, wir haben auch das Risiko gewusst, ich sage mal, von unseren Offensivspielern, die ihre Stärke im Spiel nach vorne normalerweise haben. und nicht so in die Zweikämpfe sind und nicht die Robustheit haben, dass das auch gefährlich werden kann, das haben wir natürlich schon gewusst. War ja selbstverständlich okay, zweite nach 10, 15 Minuten haben wir schon gemerkt, der Druck wird zu groß und wir müssen etwas unternehmen. Weitere Fragen, bitte. Florian Kröger, Kronenzeitung, HALF. Peter, du bist ja die Mathematiker beim Himmel. Ja. Jetzt bleiben Sie wahrscheinlich nicht mehr noch für die letzten zwei Hände. Naja, es wird schwer, muss man schon sagen. Also wir sind jetzt in einem Bereich, wo ich sage, wir schauen, was wir jetzt im Frühjahr in unserer Einschätzung positiv erledigt haben, das wollen wir durchziehen. Weil wir haben jetzt eine Mannschaft mit Sturm, wo wir nichts gewonnen haben, wir haben WRC, wo wir nichts gewonnen haben, lassen uns schauen, ob wir etwas mitnehmen können und dann kann es das durchrechnen. Aber wir werden mit ziemlicher Sicherheit wahrscheinlich nicht verlieren dürfen und mindestens eines muss gewinnen, vielleicht muss sogar beide gewinnen. Also es ist schon schwer, ich habe vor dem Spiel gesagt, 30 wird man brauchen. Da haben die 200 auch noch nicht beide Spiele gewonnen, also ich weiß nicht mehr, ob sie 30 ausgingen. Es ist, wie es ist, wir haben es dann nicht im Frühjahr verloren, sondern wir haben es natürlich dann schon sehr, sehr viel im Herbst liegen lassen. Und ich glaube, so gut aufgestellt sind wir halt dann auch noch nicht, dass du hergehen kannst und kannst sagen, dann hast du halt eine Serie von sechs, sieben Spielen, wo du gewinnst. Jetzt so weit, glaube ich, sind wir noch nicht, zum jetzigen Zeitpunkt, aber es sind zwei Endspiele und so werden wir es auch angehen. Christian Hackl wieder Standard. Es wird jetzt auch nerven, aber deine persönliche Entscheidung, Zukunftsentscheidung, hängt das ab von den zwei nächsten Partien? Nein, 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 das hat nicht der Witz. Also, sowas von gar nicht. Obwohl ich es gerne gewinnen möchte, aber. Stefan Öllerer, Önes. Wir haben in der letzten Woche immer gesprochen, wochen gesprochen, dass die Steigerung der Austria merkbar war. Es war auch so. Ist die Austria noch nicht so weit, dass sie einen Gegner wie den Tabellenzweiten Rapid ernsthaft in Bedrängnis bringen kann? Das kann sein, ja. Also zumindest möglicherweise über 90 Minuten nicht oder permanent über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, dass wir ein bisschen näher dran gekommen sind von meiner Einschätzung her, dass es mehr und mehr Aktionen geben könnte, wo wir gefährlich werden können. Aber so über 90 Minuten, dass ich sage, wir gehen jetzt raus, wir haben unsere Spielidee, wir drücken die dem Gegner auf. Das glaube ich, soweit sind wir noch nicht. Und diese Sequenzen, wo wir positive Sachen gehabt haben, haben wir auch in Salzburg gehabt. Also es war auch so, aber es ist halt nicht so weit, dass du sagst, du gehst dann raus und spielst die Partie fertig. Ich glaube, das wäre auch am Ende wahrscheinlich auch in der Einschätzung, ja, also ich kann es auf jeden Fall als Trainer nicht verlangen. Ich weiß, wie die Jungs arbeiten und was sie drauf haben und in was für einer Entwicklungsstufe sie sind. Aber deswegen denke ich, es ist okay, aber wir sind sicher noch nicht so weit, dass ich hergehe und sage, wir gehen raus. Und unser Plan ist der einzige richtige und der wird auch so umgesetzt, dass du das Spiel gewinnst. Soweit, glaube ich, sind wir noch nicht. Gibt es noch Fragen? Ja, Christian Tragschitz, Weltfußball. Vielen Dank. Ja, also wenn man heute denke, es ist es, waren sie besser, aber nicht so klar auseinander, wie es im Herbst war. Im Herbst gibt es zwei Sachen, die dafür gesprochen haben, dass wir einen Punkt gemacht haben. Das war eine Standardsituation, die sich nicht gut verteidigt haben, oder drei Sachen eigentlich. Und der Benz im Tor und der Faktor Glück, den du dann halt auch brauchst. Heute, glaube ich, waren sie ein bisschen besser, haben sie zwei, drei vielleicht klare Reaktionen gehabt. Da war der Unterschied nicht so groß. Also das logischere Unentschieden war sicher, dass man heute, als das im Herbst war. Ja, also wäre es ein Robocup, hätte ich natürlich heute eine richtige Gaude. Aber so ist es halt auch so, muss man auch sagen, so wie wir aufgestellt sind. Dass wir nicht unter die sechs kommen, wird dann auch nicht damit zu tun haben, dass wir gegen Rapid nur, unter Anführungszeichen, nur zwei Punkte gemacht haben. Das wird auch nicht der Grund sein. Ich würde erlauben, noch einen Anschluss zu fragen. Ich verstehe natürlich vollkommen, dass du mit der Tagesordnung eigentlich wirst. Ich bitte verstehe an uns, was geht in dir vor? Du wirst mir jetzt nicht sagen, ich bleibe bei der Auswehr oder ich gehe weg von der Auswehr. Du kannst ein bisschen Einblick geben, was gerade in dir in deinem Kopf war, jetzt in den letzten Tagen, was dich bewegen wird, ob du hier bleibst oder nicht hier bleibst? Ich glaube, ich habe das eh gesagt, die eineinhalb Jahre, die wir, also dass ich eine große Verbundenheit zu dem Klub habe, das ist das, was ich immer gesagt habe, sonst wäre ich vor einerinhalb Jahren da nicht hergekommen, mit dem Wissen, dass man einiges zu tun hat. Und das war relativ viel, nicht nur einiges. Und jetzt haben wir eine Situation, die wir Gott sei Dank geschafft haben, wo wir eine Basis haben, darüber reden zu können, wie schauen denn die nächsten Entwicklungsschritte in diesem Klub aus. Und das ist das, was ich auch immer sage, das wird in den nächsten zwei, drei Wochen, das wird man durchdiskutieren. Wo kann die Reise hingehen? Da geht es jetzt nicht darum, dass man ein wahnsinniges, aufgeblähtes Budget braucht, um etwas machen zu können, sondern, aber was sind denn wirklich realistisch die nächsten Schritte? Wie schaut das Konstrukt aus? Wie schaut die Umsetzung aus? Was sind realistische Ziele dafür? Und das ist das, was wir in den nächsten zwei, drei Wochen sicher sehr intensiv im Klub, in dem ganzen neuen Konstrukt, durchdiskutieren werden. Und dann werde ich eben entscheiden, ob diese auch dann wahrscheinlich herausfordernde Aufgabe, in welcher Form auch immer, für mich spannend ist, ob ich das Gefühl haben könnte, dass es mir auch Spaß macht, ganz ein wesentlicher Faktor. Und dann wird man schauen, ob man da zu einer Lösung kommt. Da werden wir jetzt relativ viel diskutieren und durchbesprechen. Aber wie gesagt, das ist das Wichtigste. Und dafür sind wir wirklich gelaufen, dass wir einen Partner kriegen, wo wir sagen können, wir können einmal in die Zukunft schauen, was wir denn auf die Beine stellen können. Und wie es ausschaut, werden wir uns dann entscheiden, ob das Sinn macht und wenn ja, in welcher Position. Gut, dann Dankeschön. Danke, dass ihr mich 20 Jahre schon ertragt auch. Ich war ja dazwischen immer wieder einmal weg, Gott sei Dank.